hallo liebe ameisenfreunde und willkommen zu einem eher kurzen video weil ich will hier nur diese fette dicke larve hier vorne zeigen und nicht wirklich viel mehr weil ich die kolonie nicht erschrecken will weil ich habe jetzt richtig angemacht weil es sehr dunkel ist in meinem zimmer weil es abend ist und ich jetzt gerade aufnehmen also ich wollte hier nur die richtig dicke larve zeigen also auf die arbeit und die aus dieser larve schlüpft freue ich mich jetzt ich hoffe die larve wächst noch ein bisschen und da ist die grüne hallo ja und wenn jetzt ein kleines sum sum im hintergrund hört das sind die fliegen die ich verfüttere weil hier ich habe jetzt aus meinen ganzen puppensinn ist jetzt ein haufen fliegen geschlüpft und die verfüttere ich jetzt ab und an die messoren und die messoren mögen die richtig gern ja hier sieht ihr noch schnell so eine frisch geschlüpfte arbeiten und eigentlich das ist das ganze video